Es geht endlich weiter mit unserem XXL Overkill PC im Corsair 1000D. Ihr habt unter dem ersten Video unglaublich viel Feedback dagelassen und darum gibt es nun auch noch eine kleine Änderung an unserem System. Alles weitere nach dem Intro, viel Spaß dabei! Ich werde hier nur ein System einbauen, da bei meiner Komponentenwahl eigentlich gar kein zweites System irgendwie sinnvoll sein könnte, und sich die Wasserkühlung außerdem auch schlecht auf zwei separate Netzteile aufteilen lässt, aber das wird, denke ich, trotzdem ziemlich fett. Das habe ich im ersten Video gesagt, aber in den Kommentaren kam immer wieder der Wunsch nach einem zweiten System auf und auch meine Instagram-Abstimmung war ziemlich eindeutig. Prinzipiell habe ich meine Meinung nicht geändert, also durch den übertakteten i9 im Hauptsystem ist sowohl Gaming als auch Streaming, Videoschnitt, Rendering und so weiter lückenlos abgedeckt und es würde kein zweites System irgendwie als Ergänzungssinn machen, was dann zum Beispiel eine bestimmte Aufgabe wirklich besser erledigen könnte. Was man allerdings verbessern kann, ist die Sparsamkeit des ganzen Systems und deswegen werden wir nun, ähnlich wie bei der Höllenmaschine, ein Stromsparsystem hinzufügen, was dann für den normalen Desktop-Betrieb, Office-Anwendungen oder zum Beispiel das Surfen im Internet gedacht ist. Eben für solche Anwendungen, die keinen i9 und zwei GTX 1080 Ti's benötigen und wo man mit dem Hauptsystem einfach nur völlig unnötig viel Strom verbrauchen würde. Mein zweites Gegenargument bezog sich auf die Wasserkühlung und da kann man eigentlich auch nichts dran machen. Wir bräuchten zwangsläufig einen separaten Kreislauf für das Mini-ITX-System und das wäre hier echt eine totale Verschwendung, denn es muss lediglich ein i5-8400 gekühlt werden. Darum habe ich mich für einen Luftkühler entschieden, der auf dem Johnsbo CR701 basiert und mit einem Corsair ML120 Pro RGB verfeinert wurde. Das führt zu einer völlig ausreichenden und leisen Kühlung sowie einer schicken und zum Rest passenden Optik. Ich denke, das ist eine gute Zwischenlösung. Das Board ist das Z370N Gaming WiFi von Gigabyte. Als Arbeitsspeicher kommt ein 16 GB Dual Kit vom Corsair Vengeance LPX mit 2666 MHz zum Einsatz und für unsere Daten gibt es noch eine MP500 M.2 SSD mit 240 GB Speicher dazu. Eigentlich wollte ich das System mit einer AMD-APU aufbauen, aber, und ihr werdet mich für diesen Grund vielleicht auslachen, Gigabyte hat dafür nur ein Mini-ITX-Board im Sortiment, was einen für unser Gehäuse sehr unpassend platzierten ATX-Steckplatz hat. Und wenn man schon so viel Wert auf Optik legt, sich absolut geniale Kabel hat anfertigen lassen und so weiter, dann ist das tatsächlich ein wichtiger Punkt, zumindest für mich. Ich denke, ein paar von euch können das auf jeden Fall nachvollziehen. Apropos Kabel, da können wir direkt weitermachen. Geplant war eine Mischung aus Orange, Silber, Schwarz und Weiß. Die meisten von euch fanden das cool, wobei das Weiß immer wieder etwas kritisch gesehen wurde. Und deswegen ist es nun dieses Farbschema hier geworden, was mir auch unglaublich gut gefällt. Eure Meinung dazu bitte mal in die Kommentare. Das gesamte Set für mein System hat der gute Dennis von Arcturus Solutions gemacht, und zwar in absoluter Perfektion. Wenn ihr mal gesiefte Kabel für euer System braucht, ist das euer Mann. Der Link ist natürlich unten in der Beschreibung. Die Farben der Kühlflüssigkeit habe ich auch nochmal etwas angepasst. Der eine Kreislauf sollte hier ein knalliges Orange bekommen, das wird auch so bleiben. Der andere hingegen wird nicht weiß, sondern kriegt eine Art Silbergrau. Ich denke, das passt einfach besser zum gesamten System und wirkt insgesamt noch etwas hochwertiger. Die Teile für die Wasserkühlung wurden in der Zwischenzeit auch von Alphacool geliefert. Wir setzen auf zwei 480mm Radiatoren mit einer Dicke von 45mm. Die werden in der Front des 1000D platziert. Hinzu kommt aber noch ein 420er Radiator mit 60er Dicke, der oben im Gehäuse seinen Platz findet. Die CPU wird mit dem Eisblock XPX in der klaren Variante gekühlt, damit wir später die farbige Flüssigkeit dadurch sehen können. Dann haben wir noch zwei große Ausgleichsbehälter, entsprechende Pumpen und natürlich jede Menge Anschlüsse, Winkel, Hardtubes und so weiter. Für die AGBs und den CPU-Block habe ich hier auch noch Aufsätze mit RGB-Beleuchtung, das wird sicher auch ziemlich cool aussehen. Wie im ersten Teil schon gesagt, es müssen nicht immer Regenbogeneffekte sein, aber ich mag es einfach meine Wunschfarbe einstellen zu können. Wie die Beleuchtung mit farbiger Flüssigkeit wirkt, müssen wir dann sowieso erstmal noch schauen. Das soll es nun für den zweiten Teil gewesen sein. Jetzt wisst ihr über das Update mit dem zweiten System Bescheid und kennt auch schon mal grob die Wasserkühlungskomponenten. Im nächsten Teil werden wir dann endlich mit dem Zusammenbau beginnen und das sollte auch schon gar nicht mehr so lange dauern. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt, um die Serie nicht zu verpassen. Wie immer freue ich mich außerdem auf euer Feedback und damit verabschiede ich mich jetzt. Bis zum nächsten Mal, macht es gut Leute, ciao!